So, das war eine schöne Eiererei in der letzten Folge. Ne, nicht noch mal Zuckerland, die hatten wir gerade. Genau, irgendwas anders. Oder warte, was wir noch nicht gehabt heute. Was auch noch einfach ist. Das ist gar nicht welche, das war. Mach mal die hier mal. Ja, du. Na ja, das ist gut. So. Die war die letzte Map, glaube ich, unserer Großaufnahme. Die Folgen habe ich jetzt alle mittlerweile hochgeladen. Geschnitten, hochgeladen. Die erste, die kam ja heute davon raus. Na gut, dann spiel ich jetzt die letzte Runde, heute ein bisschen Alli-Hockey-Modus. Und dann geht es morgen damit auch weiter. Ach gut, guck dir das mal an, schon in dem Vorschau-Modus mit ihm. Okay. Du hast sogar noch ein Torwart dabei. Ja. Tor. Ich auch. Das ist cool. Das finde ich gerade cool. Das ist gut, dass du nicht ins Loch treffen musst, sondern den Torwart hast dabei. Ja, zwei werden es werden. Gut, dass ich irgendwelche Spiele spiele. Tor. Ja. Das ist geil. Das macht keine Laune. Das macht keine Laune als die Eierei in der letzten Folge. Oh, fasst direkt ins Tor sogar. Nein, Geld! Tor. Wie hast du gemacht? Zwei oder was? Drei. Ne, drei. Ja, ja, ich hatte auch zwei. Ich habe zwei gehabt, wenn er mich gehalten hätte. Ich bin nämlich ein bisschen neben dem Tor gelandet am Anfang. Jetzt muss ich gerade gucken. Ja, da komme ich nicht durch, oder? Doch. Mit ein bisschen Glück. Eigentlich wollte ich mir den nur vorlegen. Zwei. Drei. Ich wollte mir den eigentlich vorlegen, aber der ging genau rein. Da kriegst du von dem Winkel da rein. Igel. Jawohl. Aber ganz ehrlich, das ist ja wohl voll easy, ey. Aber der macht gerade Laune, der Modus. Aber schön von dem Winkel, hast du gesehen, weil ich den wirklich versenkt habe? Ja. Ah, wieder runtergerutscht, schade. Ja, ich bin drauf. Nein, ich bin doch noch nicht. Ja, okay. Hätte ich ein bisschen gehofft, dass ich ein bisschen nicht schaffe. Ah, wieder oben. Ich komme. Birdie. Ich auch. So, jetzt kommt der ganze Scheiß wieder von vorne los. Mit dem Ding. Okay, das geht also mit dem Puck nicht so. Das war einfach so wert. Aber der Puck kann ausspringen, ne? Naja, der will aber nicht schnell genug. Der muss, du darfst dich nicht mit voller Kraft da rein. So, ich bedrücker. Jetzt werden wir ein bisschen Glück, wenn es vier. Du darfst dich mit voller Kraft in das Loch, in das Ding. Das ist genau das, was ich letztes Mal hatte. Ein bisschen weniger, wenig Kraft und dann einfach überhüpfen, dann müsste es das gehen. Wie gesagt, das funktioniert leider nicht. Wie gesagt, das ist genau das, was ich letztes Mal bei mir war. Ich bin da auch ewig und drei Tage nicht durchgekommen. Mist. Ja, wunderbar. Dann kriegst du da auch rein. Oder auch nicht? Okay. Doch, da war es drin. Tor. Spaß. Oh, man könnte, glaube ich, sogar von hier aus. Ah, nee. Okay. Da ist noch eine Kante dazwischen. Ich dachte, man kann einfach ganz locker von da aus das Tor treffen. Scheiße. Der hat gehalten, den Torwart. Ich habe den gehabt. Der wäre genau reingegangen von der Ecke. Bogey. Bogey. Natürlich wäre es von der... Der wäre sogar von der Ecke möglich. Jetzt bin ich zu übermittelt. Jetzt lege ich mir den aber vor. Ah, ich würde sieben oder so machen. Ach, Mann. Das wohl immer der Scheiß... Der Scheiß Ofen da ist. Kann ich hier nicht rüberbriteln. Da hält er den eben, ey. Doch. Geht. Du siehst. Sieben Schläge. Ich habe genau von der Ecke getroffen. Ah, da lustig. Das ist geil. So, müssen wir jetzt da hin? Müssen wir da hin? Da hin. Okay, gehen wir unten rum. Na fast. Oh, wir sind davon da treffen, ey. So. Ja, ich habe zumindest ein paar. Bogey. Du scheißt das auch, genau durchzukommen. Wollte ich auch. Bogey. 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 wir werden was dringend gewesen so müssen und genau wie mit dem ball dann nicht wieder genau in der gleichen richtung der anfang ist ja genau der moment geht natürlich in die ecke wo ich da reinballern will ist klar wieder gehalten jetzt bogey ich hatte schon länger dann könnt es schon länger drin sein können aber der hat genau in dem moment wo ich schieße geht dann natürlich rüber du musst dann in dem moment wenn er da ist so ist eigentlich die ecke halt dann geht er nämlich schon weg es ist es nicht ganz einfach ja jetzt langsam darüber igel das drei stück gebraucht oder was 22 nein ich habe genau in der ecke liegen ich bin geradeaus ins wasser rüber rümpft und genau vor dem tor gelande ich bei mir geht das nicht also der hat katte mir solche probleme jetzt von hier aus kannst du eigentlich vor der ecke würde es gehen kommen jetzt noch mal ja aber so ziemlich versaut die runde mit der arzt oder hast du mich was nämlich guten vorsprung geholt ach mist war einfach so wert in oben sechs zu setzen das ist nicht wahr der hat die dote wieder raus okay ich hab den schön der erste um ins eck gesetzte der zweiten holt der büro muss mich raus wieder na komm 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 die kit am tor acht das ist gerade schlimm was ich da spiele na verdammt also wieder gewonnen wenn ich jetzt hier versinken das ist machbar ist aber die katze auf 2 da hinkommen ernsthaft ach fuck you geht doch wieder zum start zurück scheiß teil mist ich bin gerade so eine grütze zu sagen weil ich jedes mal die dinge der verkörper senken kann kacke jetzt geht der los ist wieder die tolle mit es war versuch wert ja das ist nicht normal gerade man und da könnte hängen da wo die auch schade ach schade dass sie mich danach eingegangen ist jetzt heute wieder zurück Ach, das gibt es doch nicht. Ja, neun Stücke, oh ja, das ist halt ein Kotze, so, machen wir da mal auf, ja, das ist nicht schlecht eigentlich. Ja, der geht da wieder runter, weißt du, ich dachte, der bleibt da oben. Und am Pfosten? Ich glaube es nicht, am Pfosten bleibt er liegen. Hast du eine Holymon oder fast geschafft, oder was? Nee, Holymon nicht. Ja, von der Runde. Ich wollte gerade sagen, mach nicht so doll, da hast du nur Schläge. Ich weiß. Ah, das war schön, du kommst euch gemacht zu sein. Ja, aber trotzdem wirst du das Ding, du hast vier Schläge gebraucht und ich spiel sieben. Das wirst du wahrscheinlich, wenn du das nicht verkackst, vergehen. Und ich habe auch das Gefechte. Ach man! Ich bin rüber gehüpft worden, rüber gegangen. Ach, jetzt. Jetzt ist er liegen geblieben. Aber mir auch. Hä? Jetzt! Nein, der hält! Ich habe versucht, hier zu versenken. Ja! Double bogey! Ja, du versenkst ja noch. Ey, bei mir hätte er den gehalten. Na 10. Ich habe noch weniger gewollt, weil sie sind. Schade. Mann! Das habe ich so schlecht gespielt. Habe ich echt schlecht gespielt. So. Das war bei 12, die mir ein bisschen versaut hat. 12, 13. Wo ich acht Schläge alleine aufgeben, die verloren habe. Aber wenn wir das morgen wieder machen, könnte das lustig werden. Ja, das könnte lustig werden. Dann würde ich aber auch morgen einfach mal ansetzen, weil dann würde ich mich jetzt weiter machen. Wir haben echt viel vorbereitet. Ja. Dann haben wir jetzt schon wieder vier, fünf Folgen. Das heißt, morgen noch mal was hinlassen, dann geht auch schnell. Genau. Weil ich mache mich jetzt noch mal ein bisschen frisch. Ja, du fährst das in Rennen, ne? Ja. Ja. Ungarn. Wäre ich gern dabei. Aber ihr seid A wahrscheinlich voll und B gehöre ich auch nicht mehr dazu. Ich habe auch damals, als ich rausgegangen bin, aufgeräumt. Na gut.